Moin Leute, VenomM's wieder back und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Seit heute gibt es in GTA Online gruselige Kreaturen, die uns Spieler in GTA Online jagen. Darunter erzählen Killer Clowns, Slasher, Psychos, Geisterfahrer oder auch unsere eigenen Doppelgänger. Wo man diese ganzen Kreaturen finden kann und vor allem, was für Kriterien wir erfüllen müssen, dass diese Kreaturen überhaupt erscheinen, erfährst du in diesem Video. Lass ein Like und ein Abo da, wenn dir das Ganze hilft und ich würde sagen, wir legen los. Ja Freunde, heute kam Halloween Update Teil 3 in GTA Online raus und damit jetzt auch die ganzen Slasher Kreaturen. Einige von diesen Kreaturen, die gab es auch schon letztes Jahr, was tatsächlich ziemlich gruselig war. Und jetzt sind sie eben wieder zurück in Los Santos und sie haben es mal wieder auf uns GTA Online Spieler abgesehen. Wenn wir solch eine Kreatur sehen, zum Beispiel einen Killer Clown, wird dieser versuchen uns zu jagen und uns eben anzugreifen. Diese Kreaturen haben meistens irgendwelche Waffen, die tatsächlich sehr gefährlich sind und die haben es echt auf uns abgesehen. Aber wie und vor allem wo kann man jetzt so einen Clown oder generell diese Kreaturen antreffen? Ich sag's dir, wir müssen ein paar Kriterien erfüllen, damit diese Kreaturen überhaupt erscheinen können. Schritt Nummer 1, wir müssen in irgendeiner GTA Online Lobby sein. Ob das eine öffentliche Lobby ist, eine Crew Lobby, eine private oder eine Einladungssitzung ist völlig egal. Irgendeine Lobby in GTA Online und dann kann das Ganze passieren. Aber wir müssen seit mindestens 16 Minuten da drinnen sein. Heißt, wenn ihr irgendeine Lobby aufmacht und dann nach 3 Minuten hofft, so eine Kreatur zu treffen, klappt das nicht. Ihr müsst mindestens 16 Minuten in dieser Lobby drin sein. Diese ganzen Kreaturen erscheinen auch nur nachts, wenn es dunkel ist. Heißt zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Da kann man die antreffen, tagsüber nicht. Und jetzt mit das Wichtigste, diese Kreaturen erscheinen auch nur dann, wenn ihr entweder zu Fuß unterwegs seid oder mit einem Bodenfahrzeug, aus einem ganz normalen Auto oder sowas. Wenn ihr in einem Jet seid, in einem Helikopter, in einem MK2, in einem Deluxe oder irgendwas, das fliegen kann, kann das Ganze nicht starten. Ihr müsst, wie gesagt, auf dem Boden unterwegs sein. Und jetzt kommt die eigentlich noch viel, viel wichtigere Sache. Diese Kreaturen haben ihre ganz bestimmte Region, in der sie eben spawnen. Also nicht alle Kreaturen erscheinen überall. Im Gegenteil, jede Kreatur erscheint nur an einem ganz bestimmten Ort. Und dafür gibt es genau diese Karte. Da kannst du gerade einige Sachen eingezeichnet sehen. Hier siehst du, welche Kreaturen in welcher Region auf der Karte erscheinen. Die Killer-Clowns beispielsweise erscheinen ziemlich genau in der Stadt. Also in der Innenstadt von Los Santos, sonst eigentlich nirgendwo. Dann die Psychos relativ mittig in der Karte, also mittig so linksmäßig. Die Killer, also die Slasher, erscheinen eben oben bei der Map, also bei Mount Chilliard, bei Palito Bay. Und die Killer-Driver, also die Autofahrer, die erscheinen nur in einem ganz, ganz kleinen Kreis. Davon gibt es zwei Stück, das sind die Orangen. Aber wie gesagt, ihr könnt hier alles eingezeichnet sehen. Und jetzt gibt es noch eine letzte Kreatur. Und das sind die Doppelgänger. Es kann sein, dass genau euer Charakter in GTA Online mit demselben Outfit und alles drum und dran einfach in Los Santos nochmals spawnt. Auch im Sinne von einer Kreatur und der euch dann versucht anzugreifen. Dafür gibt es keine bestimmte Region. Die Regeln sind dieselben, also auch nur nachts, auch in der Lobby. 16 Minuten, das was ich alles erklärt habe. Und dann ist eine Wahrscheinlichkeit von 50% geboten, dass eben kein Slasher oder Clown erscheint, sondern euer Doppelgänger. Heißt, achtet einfach auf diese Kriterien, die ich euch vorhin gesagt habe. Und dann habt ihr die Chance, alle 5 von diesen Kreaturen anzutreffen und auch eben euren Doppelgänger. Das Ganze wird jetzt auf jeden Fall mindestens eine Woche gehen, also bis zum Donnerstag. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze dann verlängert wird. Heißt, vielleicht sogar 2 Wochen gehen wird. Also nutzt das aus, es macht schon ziemlich Spaß. Und das Beste ist, wenn ihr solch eine Kreatur killt, bekommt ihr dafür euer Geld. Und vor allem, wenn ihr euren Doppelgänger killt, bekommt ihr 100.000 Dollar. Denn das ist die aktuelle wöchentliche Challenge. Ihnen geht es ja online von der aktuellen Eventwoche. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo. Oder wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und dann viel Spaß beim Suchen von den Kreaturen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.